Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Mini-Meditation. Heute machen wir mal eine Übung in Verbindung mit Schwere. Und zwar richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Augenlider und im Geist sagen wir uns, die Augenlider sind schwer. Diese Übung kannst du sehr gut verwenden, wenn du Schlafprobleme hast, dann kannst du mit dieser Übung besser in deinen Schlaf kommen. So, wir probieren es. Setz dich aufrecht hin, die Schultern gehen locker nach hinten und nach unten und dann schließe deine Augen. Atme entspannt ein und aus. Mach tiefe, lange Atemzüge. Und wenn du soweit bist, geh mit deiner Aufmerksamkeit jetzt zu deinen Augenlidern. Halte jetzt fünf Minuten deine Aufmerksamkeit darauf und sage dir im Geist, meine Augenlider sind ganz schwer. Beginne. Vielen Dank. 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 Und dann komm langsam wieder in Bewegung. Wiege deinen Körper. Wir öffnen langsam deine Augen. Man merkt richtig, wie schwer es fällt, die Augen wieder zu öffnen. Wie ging es dir? Konntest du mit der Übung? Konntest du etwas anfangen? Konntest du eine gewisse Schwere auf deinen Augenlidern erzeugen? Oder hast du? Oder hast du hast du? Hast du gemacht? Und du hast du gemacht? Und dann kannst du dich gerne an mich wenden? Und dann kannst du dich gerne an mich wenden und diese im Kommentarfeld reinschreiben. einschreiben? Gut, dann wünsche ich dir wieder einen entspannten Tag. Und dann wünsche ich dir wieder einen entspannten Tag. Und dann wünsche ich dir?